Lecker unterstützt von Seitenbuffer! Ähm, gefüllt. Da hinten ist unser Chocobo, so wie es aussieht. Ähm, wir gucken mal, was wir für einen Chocobo-Sattel brauchen. Okay, das haben wir, glaube ich, alles. Das hier. Ein Leder. Und Leder und Feder. Perfekt. Einmal einen Sattel, bitte. Dankeschön. Und fahren wieder hier rein. Gut. Können wir unseren Chocobo hier reinreiten. Richtig in die Situation reingeritten. Ist das eigentlich unser Chocobo? Ne, es ist nicht unser Chocobo. Der ist dann hier hinten, glaube ich. Der lebt auf jeden Fall noch. Das weiß ich. Wow, wow, wow. Alter, ich habe ihn nur laufen gehört. Keine Ahnung, wo die herkommen, was das überhaupt ist. Wo ist der Chocobo? Ah, hier ist unser Chocobo. Wunderbar. Und los geht's. Der ist aber schnell. Gehen wir mal hier lang. Ah, der ist aber bugfreier gemacht. Definitiv schöner. Kommt hier nicht raus. Na, glorreich. Ähm. So. Doch mal kommt hier raus. So. Kann der hier rein? Man kann doch hier abbauen, ne? Der braucht immer zweier, ja. Wunderbar. Gut. Sind wir schon raus hier. So, gehen wir mal den langen Weg. Hier ist nochmal... Na, da kommen die Witchery-Typen her. Geil einfach oben drüber. Perfekt. Sonst dürfte wir doch eigentlich hier reinkommen, ne? Ja. Wunderbar. Unser Chocobo. Und das Schwein, das lohnt sich eigentlich auch nicht mehr. Das ist ganz komisch. Und hier hat irgendeiner Spinnweben gelassen. Ja, hier ist unser Chocobo. Wunderbar. Da können wir den auch bald häuslich einrichten. Darum sollte es auch gar nicht gehen, diese Folge. So. Wunderbar. Nämlich, es soll um Modular Systems gehen. Weil es ist dringend nötig. Modular. Was ist überhaupt noch hier? Systems. Ne. Nicht wirklich. Das macht keinen Unterschied mehr. Einen Storage Core. Das wird sich ja anbieten lassen. Zack, 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 zack. Alles mal mitnehmen, was wir an Holzmäßiges haben. Die Kisten auch unbedingt. 13 Stück haben wir. Spart definitiv Holz. So. Einen Core wollen wir. Mehr brauchen wir nämlich nicht. Bigger Storage. Ja, es fängt schon an hier. Ah, die neue Version ist richtig gut. Äh, die Basic Expansion. Genau. Ähm. Sorting ist mit einem Buch. Zu Glück haben wir. Hier hinten unser Bücherlager. Das können wir übrigens dann auch übernehmen. Aber diese Lagerung ist einfach so nötig. Äh, die Grabs können wir wachsen. Alter. Hu, hu. Tschüss. Wie blöd. Ah. Hallo. Interact. Shake and go away. Geht dir Gesundheit. Ja, also. Boah, alter, ihr Kombo. Ganz ehrlich. Ähm. Ich bin allergisch gegen Terry the Miner. Ja, die anscheinend allergisch gegen uns. Die dumme Kuh. Ähm, weil, ja, keine Ahnung. 95% Wahrscheinlichkeit wird, hey, go away. Ja, dann soll sie uns wirklich gestohlen bleiben. Ähm, ein Büchlein. Äh, nee, ich möchte das Buch nicht essen. Warte, die Musik, die geht ja ab. Aber die ist jetzt eh vorbei. Ähm. Geil. Gut. Ähm, ein, äh, nicht Storage. Sorting Storage. Search. Ah, das ist nun mal unterteilt worden. Suchen. Man kann sogar suchen mittlerweile. Extrem genial. Aber wir wollen erstmal Sorting. Ja, aber wir brauchen erstmal AD Basic. Und davon ganz viel. Ähm. Können wir Wolle umverwandeln in... Ach, kann man die irgendwie in Strings machen? Was ist das denn hier? Windmill Blade. Genau, Engine Warfare. Das ist so komplex die Modifikation. Die ist richtig gut. Oder irgendwie, wie man String bekommt. Ach Gott, toll. Silk. Icy Firminer Schere. Modular Crusher. Die könnten wir uns ja vielleicht auch machen. Egal, wir haben... Wir haben erstmal ein bisschen String. Das können wir auch erstmal ausgeben. Zur Not haben wir auch meinen Tweaker. Äh. Modular. Äh. Erstmal... Vier Stück können wir daraus machen. Genau, dürfte nämlich nochmal gehen. Da können wir einmal hierfür... S... Äh. Sorting Storage ausgeben. Capacity ist auch ganz wichtig. Äh. Security. Äh. Crafting natürlich auch. Äh... Einmal hier... Ja, einmal direkt umwandeln. Äh... Crafting. Perfekt. Äh... Was brauchen wir denn sonst? So Capacity, ne? Sonst Capacity dürfte reichen. Ja. Gut, dann haben wir erstmal ein bisschen was. Ähm... Wir können eigentlich noch mehr davon machen. Zack. Alter, wie schnell das aufgebraucht werden kann. 42, jawohl. Ähm... So, 28. Ach du Scheiße. 28 Scheiße. Ähm... Erstmal... Capacity. Genau. Zwölf Stück. Das ist doch ganz nett. Ähm... Ich würde sagen, direkt hier drunter. Wie man's kennt. Und da geht's hier direkt drunter zum Keller. Das ist doch optimal. Ähm... Eins... Wie viele Dingens haben wir denn jetzt? Ähm... Zwölf. Hier ist der Core. Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehn... Elf... Zwölf. Perfekt. Und jetzt? Ähm... Ja, geht so. Dann sagen wir hier nochmal, äh... Auch, zack. Zack, 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 zack. Ähm... Dann können wir nämlich jetzt... Ähm... Wir brauchen den Sorting Storage Expansion. Äh... Ne, hier müssen wir zum Beispiel, äh... Hier muss, äh... Der Core am besten hin. Muss jetzt wirklich ab... Egal, das machen wir dann gerne nochmal. Zack, 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 zack. Okay, jetzt hat er mittlerweile, glaube ich, alle gefunden. Ähm... Oh, ist noch ein Capacity. Äh... Dann... Sorting. Und dann können wir eigentlich, äh... Äh, eine Erde. Und dann können wir wieder, äh, Pflasterstein. Und dann können wir hier oben den Crafting. Ja, perfekt. 143 Slots. Okay, Crafting Grid. Und die kann man wieder sortieren. Das ist doch toll. Wunderbar. Da können wir jetzt erstmal schon alles reinstuffen. Was wir haben. Wunderbar. Optimal. Alter. Erstmal alles reintun. Okay, Nightfalls on the World. Immer das mit den Göttern. Man muss irgendwie die Götter zufriedenstellen. Ich weiß aber nicht durch was. Wahrscheinlich, weil man, äh, ganz viele Monster kaputt hat oder so. Aber egal. Ähm. Ich meine auch, die haben Nevermind ein bisschen einf... Haben wir alles aufgenommen. Hier ist auch immer noch, haben wir tatsächlich. Perfekt. Den Braustand können wir ja nochmal mitnehmen. Schön. Gut, dann hätten wir es auch. So viel haben wir noch nicht gesammelt bis jetzt. Aber jetzt können wir zum Beispiel sort. Es gibt nur eine Sortierweise. Ist doch perfekt. Clear Crafting Grid. Ähm. Und dann können wir hier zum Beispiel noch mehr, äh, Capacity. Perfekt. Zehn Stück. Zack. Man kann sogar suchen. Das ist ja so optimal. Ähm. Capacity. Ja, da würde ich sagen, äh, da machen wir uns, äh, ein paar Leitern auch zu dem. Äh. So, erstmal auch genug. Kann das eigentlich auch wie ein ME-System? Das wäre so gut. Das rein. Ne, das natürlich nicht. Okay. Sort. Da muss man tatsächlich die Anzahl reinlegen, wie in einem normalen Crafting Table. Äh. Und man kann es nicht mehr so einfach reintun. Sondern, okay, ist ja, ist ja eigentlich alles noch fair. Äh. Zack, zack, zack. So. Ähm. Leitern, äh, 15 tief. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Zwölf, 13, 14. Warte, warte, jetzt. Ich bin da der absolute Kackbohnen im Zählen. Habe ich zu schnell gezählt wahrscheinlich. Egal. Wir werden ja sehen, wie es passt. Noch zwei, kommt meine Augen, den wir dann weiter, war noch eins übrig. Perfekt. So, keine Ahnung, so tief werden wir wahrscheinlich nie, hör, sinken. Warte mal. Ja, das war das Richtige. So, perfekt. Ähm, und wir müssen am besten zu unserem Chor. Ich würde sagen, nicht zu tief. Ähm, das ist auch doof. Da kann man nämlich noch eine eigene Decke machen, am besten. Zwei, drei. So, perfekt. Licht. Sehr schön. Ja, und hier haben wir zum Beispiel auch an unseren, äh, Storage-Dingern. Hier können wir zum Beispiel auch schon mal ein Capacity dran tun. Hier kann man eigentlich auch nochmal eine Zusatzleiter, glaube ich, machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja. Egal. Wasser ist vollkommen Wurst. Schön. Ja, da gucken wir einfach später mal. Ein paar Kellerarbeiten hier. Ah, mir gefällt das Ganze hier echt sehr gut. Ist zwar nicht gleich wie Hexet und hat auch einen ganz anderen Charme, aber mir gefällt es trotzdem. Wenn auch immer hier Wasser ist. Mir gefällt es trotzdem. Zack. Äh, ja. Mal ein bisschen weiter hier in die Richtung. Hier ist zwei, hier ist zwei. Ja, ich weiß, das müsste eigentlich noch ein bisschen weiter gehen. Ja, vor allem in die Richtung. Hier kommen dann halt so Sachen. Ja, hier, wir hatten mal in Hexet hatten wir ja unseren Lagerkeller hier. Allerdings, ähm, ist das ja hier nicht nötig, weil wir haben ja hier Modular Storage. Aber so ein bisschen was, äh, hier zum Beispiel Verzauberungsraum oder so, kann ja alles hier reinkommen. So, perfekt. Erstmal nach oben. Oh, schönen Tag. Aber mir gefällt mir, mir gefällt echt das Haus hier. Was hier standardmäßig gebaut ist und das erleichtert ja auch viel. Ähm, was ich jetzt... Oh, das ist dieses komische Ding. Töten. Äh, äh. Diese zwei Schwerte zeigen an, dass man die... Dass man das umbringen kann. Es gibt auch welche, die man nicht umbringen kann. Alter. Kommen wir unten. Wo ist das Vieh? Alter, wie ist das denn gejumpt hier so extrem? Da, wo ist das Vieh? Alter. Ui. Pola Ursa. Oh, genau, genau. Dieser Schwachsinn. Okay, er wurde umgebracht. Okay, ein Dorfwunder ist schon mal gestorben. Die Leiche haben wir jetzt. Toll. Gut. Ich baue immer gerne die Sachen ab. Dann spawnt nämlich kein, äh, kein, kein Geist oder so da draus. Oh, fuck. Ne, ne, ne. Weg mit dir. Oh, dann ist es auch schon immer gestorben. Alter, die spawnen hier überall. Boah, Alter. Boah, Alter. Geben wir verd... Wir nehmen auch keinen Rückschoß einfach, überhaupt nicht. Okay, sondern... Ei, 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 ei. Mist. Äh, äh. So, gut. Nochmal gerettet hier. Perfekt einfach. Und das reicht auch erst noch für den Platz. Äh, wir müssen das natürlich, äh, weitgehend ausbauen. Das kann man aber alles gerne ausgüllen machen, weil das ist ja echt unspannend. Liquid Fuel Power Bank, okay. Ähm. Aber wir haben nicht doch irgendwelche, äh, Expansions hier, oder? Wir haben noch Basic halt, ja. Ähm. Sorting, äh, Searching würde ich gerne mal machen. Search. Book and Quill. Haben wir auch nicht. Äh, äh, Tintensäcke? Spawn die Tintenfische? Alter. Bringt das Ding da wirklich welche um hier? Alter. Nee, der lebt noch. Weil der in der Werkbank festgestockt ist. Gut. Ha. Das ist ein Bullshit. Ah ja, hier haben wir Bücher. Ohoho. Dankeschön. Bis ein andermal. So. Ähm. Tintenfische. Feder. Haben wir, wir haben auch bestimmt keine Federn. Ah, hier sind die Hühner, äh, die, die Hühner. Ja, ja. Wenn daraus jetzt ein Huhn kommt, können wir eins umbringen. Ah ja, perfekt. Böse. Die droppen ja fast nichts mehr. Die Tiere. Alter. Wie der aussieht. Leatherworker. Ja, guten Tag. Äh, shake hand. No, that's okay. Alter. Erneut. Das sind ja alle genervt, die Spastis. Naja, egal. Komm, der, mit dem, mit dem kleinen Paolo können wir doch, äh, in Ordnung hier reden, ne? Someone I know likes you. Ah. Interested. Klar. Der, der findet, der findet das toll. Äh, chat. I'm going swimming. Der mag uns auf jeden Fall. Äh. No more shake hand. Don't touch me, I'm famous. Ja. Mmh, total. Was ein Spasti. Terrio the Fletcher. Na gut, untergehen dabei möchte ich nicht, deswegen reden wir mal einen anderen Mann mit ihm. Ja, keine Ahnung, anscheinend kriegt man von den Tieren nicht so viele Drops, weil wir da noch nicht so sehr gelevelt haben. Wir sind schon Level 2 bei diesem Rüstungsgedöns. Äh, bei meinen sind wir relativ weit, beim Kämpfen so am Anfang relativ. Aber mit dem Leben haben wir schon, äh, Level 2 erreicht. Ah ja, sehr interessant das Ganze. Hinein damit. Ja, schade aber auch. Ich glaube, ach, wir haben viel Federn. Aber wahrscheinlich, äh, mangelt es doch jetzt wirklich, äh, 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 Weitere Mars, äh, Bucket Quill. Das mangelt bestimmt echt an dem, äh, Das ist Pferde, was du jetzt akkriegst, das Pferd. Das war mir total, ich dachte mir, was ist das ganze Zeit? Gut, unser Zocobo, der verliert ja auch immer schön Sachen. Oh nein. Diese dummen Drecksviecher. Blödes Ding. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen, ey. Spawnen ja einfach überall. Ich habe schon irgendwie ein Monster wieder gewesen. Na wunderbar. Ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter hier. Wir wissen ja, wo unser... Oh nein. Alter. Die wollen auch nicht gehen, diese Viecher, aber die... Das wird immer noch völlig nutzlos. Oh, unser Hunger, der sagt auch ein bisschen... Oh fuck, oh fuck. Wunderbar. Ja, gehen wir wieder zurück. Wir brauchen unbedingt was zu essen, sehe ich gerade. Das vergisst man hier bei dieser neuen Anzeige sehr häufig, wenn man das nicht so genau sieht. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ähm. Gut, dann gucken wir mal, ob wir irgendwas hier zu essen haben. Wir können schon gar nicht mehr sprinten. Oh Gott, das macht mir wirklich Angst. Gute Nacht. Hilfe. Gute Nacht. Haha. Schnell drüber schlafen. Ei, ei, ei. Steak. Oh, richtig gut. Oh, sehr füllend. Das reicht auch schon. Wunderbar. Und da würde ich auch sagen, dann beschließen wir hier diese Folge von Total RPG. Ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen. Schreibt mir Feedback in die Kommentare. Das wäre es jetzt auch für die erste Aufnahmesession übrigens, falls das irgendjemanden interessieren sollte. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einer nächsten Episode wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.